70 Euro? War das richtig? Wir sind bei 65 Euro angeboten. Meine Herren, meine Damen, 179 Euro kostet diese Tasche normalerweise im Geschäft. Zu Fugel Friday, die Aktion, wo Sie in jedem Geschäft heute, in der Rathauspassage, alle 15 Minuten, wechseln wir das Geschäft, sensationelle Preise, beziehungsweise Auktionen mitnehmen können, wahrnehmen können, dürfen Sie jetzt nicht warten. Und vielleicht die ersten Weihnachtsgeschenke hier auch bei Skate. Zuschlagen, mitnehmen, einkaufen. 65 Euro. Na, 70 Euro. 70 Euro, jetzt geht los. Kati, in vorn, ihr beiden. 75 Euro der Normalpreis. Jetzt sind wir bei Frau Geber, Sie hat die Hand hoch. 75. 75 Euro zum Ersten. 85 Euro. 80 Euro zum Ersten auf der rechten Seite von mir ausgesehen hier. 80 Euro zum Ersten. 80 Euro zum Ersten. 85 Euro zum Ersten. 85 Euro zum Ersten. 85 Euro zum Zweiten. Die Quast Jordi-Leder-Tasche zum Dritten. Komm. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Der Scheibe-Rund, seid ihr mit dabei, es lohnt sich. Gibt es in diesen ganzen Farbstellungen, kostet eigentlich 16,90 Euro, fängt auch, würde ich sagen, bei 6 Euro heute Abend an. Wir machen weiter, 6 Euro zum 1. 6 Euro zum 1. 7 Euro auf der rechten Seite, 7 Euro zum 1. 7 Euro zum 2. 7 Euro, nein, so schnell machen wir heute nicht hier. 7 Euro, Frau Helmer. Ja, ich wollte es doch gerade sagen, 8 Euro, sensationell. 8 Euro zum 1. 8 Euro sind wir noch bei Pink. 8 Euro für Frau Helmer. 8 Euro zum 1. 8 Euro zum 2. Wer gerade reingekommen ist, herzlich willkommen, Fugel Freude in der Rathauspassage. 9 Euro. 9 Euro. Wir haben aber ganz schön lange gewartet. 9 Euro, wir machen es gut. 5 Ritten, herzlichen Glückwunsch. Ihr Name? Nicole. Deswegen finde ich diese Aktion sehr gut, dass wir auch versuchen, über die Medien die jungen Leute ans Einkaufen nach Vorderborn zu bekommen. Um die Leute, die vielleicht sonst nur bei ihr bestellt haben, vielleicht auch mal den Reiz der Vorderborner Innenstadt näher zu bringen und die Möglichkeit eben auch über das Internet bei uns einzukaufen. Das Angebot ist wunderbar, das Angebot einer Großstadt. Und gerade hier stehen wir natürlich an einer besonders schönen Stelle. Vorderborn bietet alles, was man zum Einkaufen braucht. Ich kann das bestätigen. Wir starten für E-Von Loop. 50 Euro wert. Wieder mit 10 Euro. 10 Euro zum 1. 3, 2, 1. 100, 5, 1. Go. 20 Euro zum 1. 20 Euro zum 2. 20. 22 Euro. 24 Euro. 24 Euro zum 1. 24 Euro zum 2. 24 Euro. Da hinten. 26 Euro. 28 Euro. 28 Euro zum 1. 28 Euro zum 2. Wer möchte? Hier vorne. 30 Euro. 30 Euro zum 1. 30 Euro zum 2. 30 Euro. Wer möchte noch? 50 Euro der Gutschein. Von Schnapper waren sie selten. 30 Euro zum 1. 30 Euro zum 2. Und 30 Euro. 32 Euro im Letzten. Ich hab gerade fast zum Symbolischen. Da haben wir schon geschwungen. 32 Euro zum 1. 32 Euro zum 2. Hier vorne an die Werbe. Mit dem rosa Schal. Mit dem Liederpullover. Jetzt in der letzten Möglichkeit. 32 Euro zum 3. Verkauft. Herzlichen Glückwunsch.